Jetzt ist es zu einem wirklich riesigen Eklag gekommen und der Thüringer Landtag wirklich es eskaliert komplett, denn die erste Sitzung entwickelt sich zu einem einzigen und riesigen Chaos. Warum? Die AfD hat den ältesten Mann im Parlament, also stellen sie den Alterspräsidenten. Und hier eskaliert die Lage komplett, da die ganzen anderen Parteien, CDU, BSW, Linke, SPD, das natürlich verhindern wollen, dass die AfD auch so viel Macht bekommt. Vor allem, dass die AfD auch den Landtagspräsidenten stellt, will deswegen schnell die Geschäftsordnung ändern. Ja, will sozusagen, dass jetzt die Anträge durchgebracht werden, doch der AfD-Altestpräsident Jürgen Treutler tut das Ganze erst mal seine Rede fort und so weiter. Also das Ganze fährt sich komplett fort. Stand jetzt, wo ich dieses Video hier aufnehme, wurde die Sitzung schon viermal unterbrochen. Also absoluter Ausnahmezustand in Thüringen und völlig verrückt, was da gerade los ist.